Seiko, meine lieben Friends, was geht ab? Heute ein neues Video. Heute reagieren wir auf TikTok-Cringe. Ich hab überhaupt keinen Bock drauf. Ich hab keinen Bock. Egal. Wir fangen jetzt an. Ich hab fache schon mit Timo ein bisschen geguckt, aber nicht dieses Video. Ich hab mir ein neues ausgesucht. Und wir schauen jetzt einfach mal rein. Leute, bitte. Für die Aktion einfach ein Like. Okay. Ja, die ersten 10 Sekunden habe ich schon gesehen. Ich hoffe, ich krieg keinen Copyright Strike oder so'n Scheiß. Mal sehen. Einfach, let's go. Das habe ich schon gesehen. Das war schon schlimm, aber ich werde jetzt öfters ein bisschen, vielleicht kurz die Musik so wegkarten. Also auf lautlos, dass ich keinen Copyright Strike kriege. Also, ja. Was wir sagen, machen wir einfach weiter. Der sieht schon mal richtig erotisch aus mit diesen heftigen Picks da hinten, Alter. Also, ich muss sagen, Digga. Seine Performance, heftig. Heftig, die Performance. Einfach krank, Digga. Oh nein, guck, guck ihn euch an. Ich denke, wir machen jetzt einfach weiter. Okay. Was ist ein Ehrenmann. What the fuck? Warum ist kein Sound? What the fuck? Ah, jetzt okay. Die Gabel. Stellt euch mal vor, ihr sitzt so in eurem Scheißzimmer und plötzlich geht Licht an und aus. Also, so wie bei eben. Es wird hell, dunkel, hell, dunkel. Stellt euch mal vor. Digga. Ich will ja niemand haten oder so, aber ich finde solche Jungs dermaßen schwul. Ich muss noch kurz was gucken. Ob OBS auch wirklich? Ja, es nimmt auf. Oh, ich habe nämlich überhaupt keinen Bock hier irgendwie, umsonst die Scheiß mir reinzuziehen, Alter. Jetzt schon zu viel. Digga, Ehrenmann. Er nimmt einfach in der Schule auf. Ehrenmann, Digga. Digga, er hat breite Arme, ich bin neidisch. Ich bin neidisch. Ja, Digga. Wie geil. Der Bruder, der Bruder tut mir leid. Oh mein Gott, das ist grad übersteuert. Alter. Dem Bruder geht's gar nicht gut. Ich will nicht sagen, aber dem Bruder geht's überhaupt nicht gut, Digga. Der Such, Alter. What the f- Was ist dein Name? Hazel. Was ist dein vollen Name? Hazel Grace Lancaster. So ein Ehrenmann, Digga. Ehre. Das kommt. Jünger. Alter. Okay, Aufnahme läuft doch, Digga. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Okay, es geht weiter. Das war ein Typ. Du. Oh my God. Ich hab mich einfach bedeckt Ich muss sagen bis jetzt ist noch nicht so cringe wie das wo ich mit Timo gesehen habe Bei der nächsten Folge beauftrage ich jemanden der mir was richtig cringes sucht Leute Einfach ein Like da lasst bevor ich irgendwie sterbe Das ist jetzt cringe Hello miss Huh Dating a chubby girl Is like opening a bag of chips in the middle of church People look at you funny but deep down inside they want some chips too Ich kann aus meinen haaren redlocks machen fällt mir gerade auf Ehre Dating video Nein nicht dieses Video der bewegt gleich seine Augen der kleine Hupen Häh ach so ja ich dachte das ist wo die Augen so blitz Digger Digger bist so lustig Junge du bist so lustig Hehehehehehehehe She's from them away from me because I am B shuttle bookie 時候 Der er hat gerade so seine schwester gönnt euch diesen blick ich habe mich bedeckt du hast noch nie crossart gespielt dann ist ich habe dir ein pie ich habe dir ein pie Wahrscheinlich mache ich hier jetzt die Audio richtig hoch, weil X hat so ein Netzwerk das Band direkt vor einer Sekunde weg, what the fuck, ich kann mir das nicht mehr angucken Endlich ist es vorbei Digga, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da, Penis das Band direkt vor einer Sekunde weg, wenn es euch gefallen hat, wenn es euch gefallen hat,